So, liebe Ski-Challenge-Freunde, einen wunderschönen guten Morgen am Nikolaus-Sonntag. Darf ich euch begrüßen, noch während des Weltcups von Beaver Creek, aber wir hatten ja angekündigt, dass wir die Wetterauslosung jetzt immer etwas früher machen, damit ihr euch ab heute Abend vielleicht 21 Uhr schon unter den Wetterbedingungen die Strecke runter machen können, die wir jetzt auslosen, und zwar für Gröden am 17.12., so war es um 17 Uhr. Ich werde heute auch versuchen, alle drei Wetterbedingungen zu prüfen, ob das alles so richtig ist, und ich denke, wir starten einfach, keine Zeit verlieren, los geht's! Spannung steigt, und das ist die Wetterbedingungen für Gröden. Ha, ein glückliches Händlingen, und schon wieder Sonne! Oh je! Wir machen den Check! Das ist die zweite Wetterbedingung, die es nicht ist. Es ist nicht Eis! Und da wäre nur noch eine drin gewesen. Und es ist auch nicht Neuschnee, nein, der Zufall möchte, dass wir wieder Sonne fahren. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Die Strecke wird ab heute Abend 21 Uhr freigeschalten werden, und man sieht sie auf der Piste. Und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Nikolaussonntag, alles Gute von der Rennleitung. Tschüss, tschüss!